Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Da sieht man den Obersee durch die Bäume, da ist der Obersee durch die Bäume. So, hat gerade eben der Regen wieder aufgehört. Und scheint wäre mir den Obersee kein Stück näher gekommen, aber das wird wohl nur Einbildung sein. Einmal da oben der Rödbachfall und hier noch eine schöne Landschaft. Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wow, schon cool. Hallo Kuh, wie geht es dir? Wir sind jetzt unten und laufen noch 20 Minuten, eine Viertelstunde zur Fischunkelalm, bis zur Saarlet-Boot-Anlegestelle, sind es noch eineinhalb Stunden. Okay. Mal gucken, wie voll es da ist, oder? Wenn man am Tischchen frei ist, können wir dann, oder? Jetzt wirst du ja die letzte Vier noch bekommen, oder? Ich glaube, es ist nicht mehr 12 Uhr, ich glaube, es ist 13 Uhr Standbekommen. So, wir haben uns jetzt von der Fischunkelalm wieder aufgemacht und laufen hier ins Obersee noch entlang. Und bis zur Saarlet-Boot-Anlegestelle. Und jetzt geht's wieder das Wasser. Und jetzt schau so rein. Wow! Und jetzt kommt's, was ich nur ein bisschen. Und dann kommt's, was ich weiß, was ich gerade. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020